Seid gegrüßt Gaming Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Hier ist euer Don. Seid gegrüßt, liebe Gaming Freunde. Wir gehen hier auf eine Leonardo Kriegsmaschinen Mission. Bevor wir zur hauptsächlichen Mission gehen, müssen wir zuerst die Pläne finden, wo sich das Gerät befindet. Und hier brauchen wir den Aufseher zuerst zu treten, bevor wir ihn eliminieren. Das ist kein Problem. Die ist etwas eigenwillig, aber das geht schon. So, der Herr befindet sich hier. Okay, zuerst ist er. Die Mission sagt, wir müssen ihn zuerst retten. Sehr schön hätte er das gemacht. Und das meine liebe Gaming Freunde war die volle Synchronisation. Nun haben wir den Plan erhalten. Wenn euch mein Gameplay gefällt, vergesst nicht zu abonnieren, drückt hierzu auf den Subscribe Knopf und wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare, was ich eure Meinung nach verbessern könnte. Wenn es ein Spiel gibt, das ihr hier sehen möchtet und es zusammen mit euch durchspielen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss, euer Don. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.